Äh, ich hab's jetzt genau gesehen! Oh mein Gott! Es gibt Fragments von Fingernails in da! Jetzt ist es klar, dass Sir William alive ist! Wo sind meine Tweezers? Vielleicht kann ich ein Sample nehmen! Äh, das sind Fingernägel! Warum haben die so ein... Das ist schrecklich! Sir William hätte nicht tot gewesen sein können! Er hätte sich seine Nähle ausgelöst, versucht, aus der Koffe zu kommen. Sir William war lebendig. Er war schrecklich, aber er wurde definitiv raus. Dann könnte er den Gravedigger haben, der hängelndig war, bevor er endlich in den Kanal verlassen hat. Kanal! Jetzt müssen wir... Er war am Leben! Hopp! Und hopp! Dann gehen wir mal hier hin, falls es geht... Oh, lauf doch schneller! Und hier ist gar nichts mehr... Warte... Crime Zone! Ein Fußabdruck! Kümmer uns! Ha! Es sollte genug sein! Ja! Hat man auch vorher gesehen, ne? Ich würde es lieber nicht touchen. Es ist sehr fragil! Jetzt dreht er ein bisschen noch mal rein! Ich sollte einen Kast machen. Der Gravedigger hatte russische Koffe. Aber diese Schuhe waren definitiv kleiner. Ich sollte einen Kast machen. Wenn es regnet wird, werden alle Schuhe weg. Oh mein Gott! Da brauchen wir da so'n, so'n, ähm... So... Gips... oder so'n... Zeug... Hier, mit Fingernägel! Nö! 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 Wär unlogisch! Müssen wir uns besorgen! Bis hinten los? Hä? I've already seen it! Nothing special! Ja, ist voll doof! Warte mal... Hier, oder was? I've already seen it! Nothing special! Doch, nix! Ach... Ja, dann gehen wir noch mal hoch! Noch... Noch einmal rein! Ah, genau, wir haben mit ihm noch gar nicht richtig gesprochen! Ich kam für ein paar Hinweise, Vater. Ich würde gerne sprechen mit Lady Lewis. Es gibt viele nicht klar Fragen. Sie vielleicht haben Antworten zu. Was wollen Sie mich tun? Ich will nicht, um sie herum. Ich hoffe, dass Sie mir helfen könnten. Können Sie mich so nett und folgen? Ich verstehe. Nein, das ist nicht möglich. Wenn Sie glauben, dass ich mit Miriam mit Miriam habe, Sie sind falsch. Wenn sie mich mit Ihnen sahen, dann könnte es eher ein Vorteil für Sie. Indeed. Ich weiß nicht, woher sie jetzt ist. Ich weiß nicht, woher sie jetzt ist. Ich weiß nicht, woher sie jetzt ist. Versuch, Louis Manor. Aber ob sie dich bekommen wird, ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht. Ich muss da selbst gehen. Ich glaube, es wird nicht leicht für sie. So schnell, nach ihrer unendlichen Großkirche. Oder halt eben nicht, ne? Weil... der war ja nicht tot. Ähm, ja. Ne? Gab's irgendeine andere Ärger? Wie Sie sich gestern? Der Offizier der Cemetery hat mich informiert, dass es mehr Probleme gab. Ja, aber Glückwunsch, wir haben sehr wunderschöne Unterstützung. Leider kann ich sie nicht mehr halten. Ich werde sie bald wieder retten. Keine Angst. Mit Gottes Hilfe wird die Kirche überleben. Ja, wir... Ich bewundere ihre Frieden. Das war überhaupt keine Beleidigung jetzt. Ach, das würde ich gar nicht haben. Also, wir müssen wahrscheinlich hier zu dieser Villa gehen und mit der Omi reden. Von Sir William. Aber zuerst wollte ich nochmal mit ihm quatschen. Ich sollte es zurückgeben, aber es kann warten. Hä? Ich werde zurück, wenn ich etwas brauche. Nein, du brauchst jetzt was. Mist. Ja, dann kommen wir ja nur zum Villa, oder? Oh Gott, da hinten. Wird er da jetzt hier laufen, oder was? Aber erstmal da hin. Und fragen, ob wir sowas wie Gipszeug bekommen. Oder wie? Das kann man auch fragen. Inspektor Lockley war wahrscheinlich ein sehr guter Policeman. Ja, Herr. Ja, Herr. Ja, Herr. Ja, Herr. Ja, Herr. Ja, Herr. Ja, ich dachte, das wäre es in der Kiste. Aber ist nicht so. Hier bist du. Es gibt Zeug in der Kiste, aber jetzt können wir ihn... Er hat etwas geblieben, wie ich dir gesagt habe. Ich werde es nicht klauen. Dann gehen wir mal rein, ne? Auch hübsch, hier ist ein Besen. Eine Box und... Ach Gott, sieht so hübsch aus. Was ist da denn? Ich schaue ein paar Dokumente, Noten oder Fotos, aber ich kann nichts davon sehen. Oh mein Gott! Nichts interessantes? Well, außer das. Es liegt nicht in der Office, aber jetzt könnte es sein. Ich muss Wasser, um es zu nutzen zu können. Ach, das hat man doch schon. Ja, ja, ja. Hier ein Besen könnte ich gebrauchen. Wenn ich es bewege, wird das Schiff auf meine Kopf fallen. Wunderbar Prospekt. Bewegt das bitte. Wahrscheinlich hier drin. Haben wir irgendwas anderes? Nee, haben wir nichts. Nur noch diesen Besen. Guck mal, hier ist... Ja. 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 Ja, vielleicht können wir auch so an die Kiste... Oh, heute sollte ich es auch nicht rausziehen. Guck mal, ob sich das überhaupt öffnet. Erstmal muss ich es rausziehen, sonst... Oh, Mann. Nerv nicht. Hier mit Fingernigel. Eeeeee. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Boah, ey. Für die Meckertslingel hier. Haben wir noch was anderes? Nee. Tschüss. Ja, guck mal, wir haben ein Problem. Kannst du uns helfen? Nein, kannst du uns nicht helfen. Gehen wir dahin. Wahrscheinlich nicht. Hör auf! Well and truly locked. Ja, ja, ja. Guck mal, irgendjemanden anrufen. Wenn ich es wusste, hätte ich es nicht. Wie? Ich würde versuchen, den Doktor zu finden, der Sir Williams' Zertifikat schreibt. Haben wir denn irgendwo Eimer? Äh... Ein Eimer mit Wasser? Hier war nichts mehr drin. Ich werde nur die Wahrnehmung nehmen. Ich werde noch nicht die Pistole brauchen. Hm? Ach. 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 Oh, das habe ich doch die ganze Zeit gesucht. Oh mein Gott. Ja, dann gucken wir uns das mal an, ne? Hier, ich habe doch was zu gucken. Ja, hab ich doch. Dann guck dir das an. Mann. Ja. Ich weiß nicht viel über das, aber es scheint wie ein hohen Qualitätsmaterial. Was ist das nochmal? Achso. Achso. Ja. Ich muss jetzt irgendwie so... Ich weiß nicht, dass es nach einer anderen passt. Nein, 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 nein. Nein. Das ist mir jetzt zu dämlich. Sorry. So. Der kann uns wahrscheinlich nicht weiterhelfen. Mal слуш doch richtig. Ey, w... Hallo! Hier! Boah, ich mag den nicht. So. Naja, wir können ja bald ein bisschen regnen, dann wird das hart. Ich versuche das einfach schon mal da drauf zu kippen und dann... Nein, stopp! Nein, das war falsch. Geh da hinten hin. Geh weg. Ja. Schnell da, ich habe keine Zeit. Shit, tu das doch da rein. Warte, stopp, stopp, stopp! Abbrechen! Da war doch ein Bruch. Ähm, so ein Dach, Wasserdingens. Brunnen ist das ja nicht, oder? Wasserkranhanding. Nein. Okay. Der kann uns immer noch nicht helfen, ne? I'll come back. Ne? So, dann gehen wir jetzt zur Villa. People, guck doch, hallo! If I stand in the right place, nobody could see me. I cannot get rid of the feeling that someone is watching me all the time. Oh, mein Gott! Achso. Ich habe die Klinge gar nicht gesehen. Ja, hallo! Er, noch nicht. Well, I do not, but I am from the police. Trust me. Anybody could say that. I'm sorry, I won't open it. What if I came back with it later? Nope. Never. I won't be fired twice. So you won't help me? Just show me your warrant card, or stay where you are. But I won't wait long. The maid is afraid of being fired. She won't open the door, just like that. Don't. Oh, man. Ich bin doch hier von der Polizei. Guck mal, ich bin von der Polizei. Ich habe Schlüssel. Ich habe die Fingernäge. Ich hab aber einen Diamanten. Guck mal, der hat eine Zigarettenstimme. Ah, Mann. Immer diese Lauferei. Jo, haben wir jetzt die Warrant-Card. Los. Wissen Sie, Officer, ich habe gerade genug gehabt. Ich weiß nicht, was du meinst, Sir. Sie gehen und holen meine Warrant-Card jetzt, und ich weiß nicht, wie Sie es tun haben. Aber das ist absolut aus der Frage, Sir. Es ist nicht möglich für mich zu hinterfragen, weil ich nicht meine Warrant-Card zeigen kann. Ich versuche zu verstehen, Sir. Ich wirklich nicht weiß. Sie wissen, was? Geh auf und mach es passieren. Ja? Wenn nicht, ich werde sicher, dass du in der Cemetery stehen, am Morgen beginnt. Ist das klar? Ja, Sir. Ich versuche es. Ich bin gleich zurück. Schneller. Ich habe keine Zeit. Ah, das dauert mir viel zu lange. Ich habe es, Sir. Sie haben es vergessen, dass sie mir vorgegeben haben. Ich versuche es, wir haben sie zuvor. Ah, das ist gut, zumindest für dich. Du musst mich entschuldigen, aber ich habe wirklich keine Ahnung. Ich versuche dich. Es ist nicht dein Wiss für dich. Danke. Ich habe es gefragt, warst du ernst, dass du in der Cemetery stehenst? Sehr ernst. Aber jetzt ist alles geschlossen. Es hat es vergessen. So, jetzt haben wir die Karte. Hatte jetzt einfach eine gepostet, oder wird? Oh. Meine Warrantkarte prüft, dass ich ein volles Mitglied der Macht bin. Na, halleluja. Ja, meine Warrantkarte, guck mal. Nein. Okay. Okay. Ja, ich fragte schon, und übrigens sind die alle gleichherz und haben die gleiche Stimme. M'lady ordered me not to let anybody in, but I'll make an exception as you are from the place. Thank you. But you'll have to promise me to stay here. I'll be right back, and don't touch anything. I promise. Tell Lady Miriam, that I have urgent news, which I wish to discuss personally. That won't work. M'lady refuses to see anybody in person. If she wishes to speak to you, she'll call you from the workroom. Wait at the telephone, please. Okay, ich warte, und pack auch nix an. Guck mal, das ist das Hilfe. Lady Miriam ist so mysteriös wie ihr Großbritann. Die Interview mit ihr wahrscheinlich nicht leicht sein wird. Boah, kann man doch, ah, hier vorne und sagen erst mal, was macht der? Dreh dich, dreh dich, ey. Sag mal Tschüss. Und da sind wir wieder im Haus von den, ach, wie heißen die nochmal, Louis oder so ähnlich? Louis so. Ähm, mhm, mhm, mhm. Ach, guck mal. Die können wir uns auch anrufen. Leider. So, was haben wir hier? Eine Biste, dann haben wir eine Treppe, dann haben wir ein Telefon, und dann haben wir einen Vorhang. Okay. Ich hab noch keine Ahnung. Ähm, Moment mal. Ist der, hier ist halt nicht der gleiche Stein. Oh, mein Gott. The gem I found in the tomb is the same as the one in this ring. It can't be a coincidence. Sir William must have been buried with it. I wonder where the ring is now. Excuse me, sir, what are you doing there? Nothing, only looking. M'lady won't accept any personal appointments. But I need to speak to her. If you wait for a moment, she'll call you here. Right here? Yes, sir. You can sit down if you want. No, thank you. There's no time for me to be sitting around. Wee, schon, oder was? Ja, wollen wir mal ins Telefon gehen, ne? Ja, wollen wir mal ins Telefon gehen. 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 Vielen Dank.